Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es um eine Landingpage Cloud Erfahrungen von Robert Mörsch-Pachwitz gehen. Und zwar hat Robert mit dem Tool, dem Landingpage Cloud, eine Software ins Leben gerufen, die es allen Marketern und die, die es werden wollen, ermöglicht, mit ein paar Klicks eine hochkonvertierende Landingpage aufzusetzen. Und ja, so sieht diese Verkaufsseite aus. Du kannst dir gerne über den Link unterhalb des Videos das Ganze ansehen. Dann siehst du hier das Video von Robert, wo er dir das Ganze nochmal genau erklärt. Und das Ganze ist auch 100% DSGVO-konform. Das heißt, du hast ein Impressum dabei, du hast eine Datenschutzerklärung dabei und so weiter. Und ja, bevor ich hier lange rede, wir schauen einfach direkt mal ins Tool rein und ich zeige dir, was du damit alles machen kannst. Für die Schnellentschlossenen, du kannst dir das Tool Landingpage Cloud direkt unterhalb des Videos sichern. Klicke dazu einfach den Link unterhalb des Videos, da habe ich ihn dir hin platziert. Oder gehe auf bonuskiste.com.lpcloud. Dann kannst du dir das Tool sichern und bekommst von mir zusätzlich eine Bonuskiste mit folgenden zwei Videokursen von mir kostenlos dazu. Und zwar der erste Kurs, der in der Bonuskiste enthalten ist, ist der Traffic Booster. Dieser kostet normalerweise 197 Euro. In der Bonuskiste erhältst du ihn aber kostenlos dazu. Ja, warum kostet der Traffic Booster 197 Euro? Da zeige ich dir einfach meine Facebook und Google Ads Strategien, die ich selbst für meine Produkte nutze. Ich gebe dir Einblick in meinen Facebook Werbeanzeigenmanager und in meinen Google Ads Account und du kannst das Ganze für dich nachmodellieren. Kostet normalerweise 197 Euro auf Digistore, kannst du dir aber direkt, wenn du dir die Landingpage Cloud über den Link unterhalb des Videos sicherst, kostenlos in der Bonuskiste dazu holen. Und da möchte ich dir noch dazu schenken, meinen Videokurs, den YouTube Affiliate Hack. Und da befilme ich einfach meinen Bildschirm, wie ich YouTube dafür nutze, um durch Affiliate Marketing Einkommen zu generieren. Und dieser kostet normalerweise 297 Euro, bekommst du allerdings auch in der Bonuskiste absolut kostenlos dazu. Klicke dazu einfach den Link unterhalb des Videos oder gehe auf bonuskiste.com slash lpcloud. Und stelle bitte sicher, dass du mir, nachdem du dir die Landingpage Cloud geholt hast, mir einen Link schickst, beziehungsweise eine E-Mail schickst, an bonus at bonuskiste.com. Denn dann kann ich dir die Bonuskiste direkt freischalten. Ja, und hier befinden wir uns bereits im Mitgliederbereich der Landingpage Cloud Software. Und du siehst hier, das ist sehr übersichtlich gestaltet. Grundsätzlich ist erstmal wichtig für dich, Übersicht. Hier siehst du eine Übersicht deiner Landingpages und hast auch gleich hier Statistiken dabei, also die Zugriffe. Und hier kannst du eine neue Kampagne, also eine neue Landingpage erstellen. Dann hast du hier den Support, kannst eine White Label Version des Kurses kaufen, beziehungsweise der Software kaufen. Somit kannst du das Ganze selbst weiterverkaufen, wenn du möchtest. Hilfe, Support, weitere Produkte, Impressum und so weiter. Wir möchten uns aber in diesem Video hauptsächlich der Grundfunktion der Landingpage Cloud widmen. Und zwar, dass du eben eine Landingpage erstellst. Und ja, dazu gehe ich einfach hier mal her und gebe hier mal ein Hundetraining. Ich möchte eine Landingpage für ein Affiliate-Projekt erstellen, das sich mit Hundetraining auseinandersetzt. Und ja, deswegen nenne ich es gleich Hundetraining. Dann weiß ich gleich, ja, was das ist. Hier kann ich Seitenhintergrund festlegen, kann ich auswählen, wie ich möchte. In diesem Fall möchte ich einen Hintergrund in dieser Farbe. Hintergrund wiederholen. Hier könntest du ein Hintergrundbild auswählen. Also wenn du hier ein Hintergrundbild hast, kannst du hier draufklicken, kannst das Ganze auswählen und kannst das vom Desktop hochladen. Bild-URL und so weiter. Ich möchte hier in diesem Fall nur die Hintergrundfarbe haben. Dann kannst du hier Pixabay direkt durchsuchen. Wenn ich hier jetzt eingebe, Doc zum Beispiel, habe ich hier direkte Bilder, die ich verwenden kann. Und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte dieses Bild als Hintergrundbild verwenden. Geht auch. Kann man so machen, wenn man will. In diesem Fall möchte ich, wie gesagt, nur die Hintergrundfarbe haben. Das ist jetzt wieder weggegangen. Dann nehmen wir so eine Farbe hier. Hier muss natürlich dann der Farbcode reinkopiert werden. Genau. Dann hast du das Ganze hier. Und das ist in Ordnung. Jetzt geht das nicht weg. Genau, jetzt haben wir das. Alles klar. Dann kannst du ein Hintergrundvideo einstellen. Natürlich auch. Wenn du das magst, machst hier ein Logotyp, Upload oder URL. Je nachdem, was du für ein Logo möchtest. Für dieses Testprojekt werde ich hier jetzt kein Logo auswählen. Logofield Inhalt, Hintergrund und so weiter. Inhalteinstellungen kannst du hier auswählen. Rundum, Deckkraft, Hintergrundfarbe und so weiter. Dann kannst du den Schatten der Box festlegen. Überschrift. Verziehe deinen 4 Beiner zum Optimal Begleiter zum Beispiel. Und dann kannst du hier noch eine zweite Überschrift einfügen. Medientyp Video URL eingeben. Das heißt, hier kannst du dann ein Verkaufsvideo, einen Video Sales Letter oder je nachdem einbinden. Kannst du die hier einfach reingeben und hast sie dann auf deiner Landingpage drauf. Dann auch hier kannst du wieder bei Pixabay ein Bild suchen. Hier sage ich wieder Doc. Jetzt nehme ich zum Beispiel hier mal dieses Bild, damit man das dann sieht. Feature Liste aktivieren. Kann ich hier sagen, ja. Kann hier zum Beispiel sagen, ja, ich möchte mit diesem Element Features angezeigt bekommen haben. Zum Beispiel hier. Schnell, seriös und einfach. Aktiviere Countdown. Kann ich hier einstellen, ob ich das machen will. Dann das Aktionselement. Da sage ich hier bei Now in diesem Fall jetzt kaufen. Und der wird mir dann so auf der Seite eben angezeigt. Facebook Kommentare kann ich aktivieren. Die Meta Einstellungen. Das heißt, wenn jemand diese Seite teilt, kann ich dann direkt die Meta Daten bearbeiten, die angezeigt werden, falls das jemand jetzt zum Beispiel über Facebook teilt. Tracking Einstellungen. Das heißt, hier kannst du deinen Facebook Pixel einbinden. Zum Beispiel. Und Impressum. Hier gebe ich ein. Festmusterstraße 14. Genau. Und so weiter. Und dann kannst du hier noch eine eigene Kurz-URL festlegen. Da kann, sage ich jetzt zum Beispiel HONDE Training. Klicke hier auf Speichern. Okay. Genau. Und eine Ziel-URL muss ich natürlich auch festlegen. Ich gebe in diesem Fall mal Google.at ein. Denn hier würde dann für ein Affiliate-Projekt zum Beispiel ein Affiliate-Link stehen. Oder wenn du deine eigenen Produkte verkaufst, dann den Link zum Bestellformular. Je nachdem, wie du das dann machst. Dann klickst du hier auf Speichern. Und hast das Ganze erstellt. Genau. In dieser Übersicht werden dir dann all deine Landingpages angezeigt. Ich habe dir in diesem Video einfach nur eine kurze Übersicht gegeben, was mit der Landingpage-Cloud alles möglich ist. Wir können jetzt hier mal direkt schauen, wie die Landingpage hier aussieht. Und hier siehst du bereits, wie das Ganze vom Grundaufbau her strukturiert ist. Also hier lässt sich wirklich einiges machen. In diesem Fall habe ich, wie gesagt, so gut wie nichts gemacht. Ich habe ja nur die Überschrift eingegeben, das Bild hinzugefügt und den Kauf-Button hinzugefügt. Aber das lässt sich natürlich alles noch konfigurieren. Du hast hier direkt eine datenschutzkonforme Landingpage ohne Hosting-Anbieter, ohne Domain, ohne irgendwelche Page-Builder, die du normalerweise brauchst. Also alleine um das hier zu kreieren, brauchst du normalerweise so vier, fünf verschiedene Tools. Und das ersparst du dir natürlich alles, wenn du die Landingpage-Cloud direkt verwendest. Und so sieht das Ganze dann, wie gesagt, in der Grundstruktur aus. Das lässt sich dann natürlich noch so weit, wie du möchtest, optimieren. Du kannst dir das Tool, die Landingpage-Cloud, direkt unterhalb des Videos sichern. Ich habe dir da einen Link platziert. Oder du gehst auf bonuskiste.com slash lpcloud und sicherst dir das Tool. Zusätzlich bekommst du von mir die Bonus-Kiste dazu. In der Bonus-Kiste enthalten ist der Traffic-Booster, in dem ich dir zeige, wie du profitable Facebook- und Google-Advents-Anzeigen schaltest. Denn mit der Landingpage-Cloud hast du ja das perfekte Tool, um Landingpages verkaufsoptimiert zu erstellen. Allerdings brauchst du dann noch Traffic auf deiner Seite, damit du wirklich die Produkte dann schlussendlich auch verkaufst. Und wie du viel Traffic zu günstigen Preisen bekommst, das zeige ich dir im Traffic-Booster. Da gebe ich dir einfach einen Blick in meinen Facebook-Werbeanzeigen-Manager und in meinen Google-Ads-Account. Und du kannst die Strategien einfach für dich modellieren. Der kostet normalerweise 197 Euro auf Digistore, der Kurs. Den schenke ich dir aber in der Bonus-Kiste, wenn du dir die Landingpage-Cloud holst, kostenlos dazu. Und zusätzlich bekommst du meinen YouTube-Affiliate-Tag im Wert von 297 Euro, indem ich dir einfach zeige, wie du mit YouTube-Affiliate-Marketing machen kannst und somit extrem hohe Affiliate-Provisionen erwirtschaften kannst. Das Ganze hat einen Wert von 297 Euro. Ist auch eine Strategie, indem ich meinen Bildschirm filme und die Strategie einfach von vorne bis hinten durchmache und dir das Ganze zeige, wie das funktioniert. Du kannst es dann Klick für Klick, Schritt für Schritt nachmachen. Klicke dazu einfach auf den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com.lp-cloud und sichere dir die Landingpage-Cloud und schreibe mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich dir die Zusatzkurse, also den YouTube-Affiliate-Tag und den Traffic-Booster direkt freischalten kann.